Foreign Service Institute. German Fast Course. Lesson 6. Dialog 1. For Comprehension. Der Möbelwagen ist da. Guten Morgen. Wir haben das Frachtgut für Dale. Guten Morgen. Na, endlich. Hoffentlich ist alles gut angekommen. Ich glaube schon. Alles scheint in Ordnung zu sein. Hier ist schon die Stereoanlage. Wo kommt die hin? Ins Wohnzimmer bitte. Stellen Sie sie dort neben das Bücherregal. Wohin sollen wir die Fahrräder bringen? In den Keller bitte. Übrigens, haben Sie die Waschmaschine schon ausgeladen? Ja, die haben wir gerade runtergebracht. So, und das ist Kiste Nummer 1. Ach ja, die kommt ins Schlafzimmer links bitte. Das ist Spielzeug. Hier sind Kartons Nummer 2 und 3. Die kommen in die Küche. Das sind Küchengeräte und Geschirr. Sollen wir alles auspacken? Nein, danke. Das ist nicht nötig. Aber öffnen Sie die Kisten bitte. Der Möbelwagen ist da. Guten Morgen. Wir haben das Frachtgut für Dale. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, endlich. Na, endlich. Hoffentlich ist alles gut angekommen. Hoffentlich ist alles gut angekommen. Ich glaube schon. Alles scheint in Ordnung zu sein. Hier ist schon die Stereoanlage. Wo kommt die hin? Ins Wohnzimmer bitte. Ins Wohnzimmer bitte. Stellen Sie sie dort neben das Bücherregal. Stellen Sie sie dort neben das Bücherregal. Wohin sollen wir die Fahrräder bringen? In den Keller bitte. In den Keller bitte. Übrigens, haben Sie die Waschmaschine schon ausgeladen? Übrigens, haben Sie die Waschmaschine schon ausgeladen? Ja, die haben wir gerade runtergebracht. So, und das ist Kiste Nummer 1. Ach ja, die kommt ins Schlafzimmer links, bitte. Ach ja, die kommt ins Schlafzimmer links, bitte. Das ist Spielzeug. Hier sind Kartons Nummer 2 und 3. Die kommen in die Küche. Die kommen in die Küche. Das sind Küchengeräte und Geschirr. Das sind Küchengeräte und Geschirr. Sollen wir alles auspacken? Nein, danke. Das ist nicht nötig. Nein, danke. Das ist nicht nötig. Aber öffnen Sie die Kisten, bitte. Aber öffnen Sie die Kisten, bitte.